Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7days2day. Und wie versprochen, ich hole euch hier ab. Ich war schon zu Hause, habe ausgeladen und die Sachen, die wir beim Händler verkaufen, eingeladen. Und da würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt eine Sprintdose, damit wir ein bisschen schneller sind. Und gut ist, ne? Ich habe so wie gesagt, ich habe in den Questbereich, wo wir drinnen waren, in den Girls-Laden, noch ein bisschen die elektrischen Geräte abgebaut und die Couchen fürs Leder. Bin dann kurz rüber, habe ausgeladen, umsortiert und jetzt geht es weiter. Also ihr habt nicht viel verpasst, sagen wir es mal so. So. Also die werden irgendwie immer aktiver, habe ich hier das Gefühl. Working stuff. Oh, da müssen wir rein. Können wir gucken mal kurz hier rein. Fenstchen klein, ging allein durch die weite Welt hinein. Stock und tu was. Ich habe das Gefühl, dass wir was Gutes jetzt gleich drinnen kriegen werden. Ach, du kommst an. Mach mal mir rein. Siehst, auch so geht es mir, ne? Ich laufe hier rum und will eigentlich irgendwo hin und dann bleibe ich wieder an irgendeinem Gebäude hängen, ja? Wo ich dann einfach gucke, wäre da ein Schraubenschlüssel drin gewesen. Ja, da bleibe ich an irgendeinem Gebäude hängen, wo ich einfach nicht dran vorbeikomme. Noch ein Schraubenschlüssel. Geil. Und hat sich schon voll gelohnt. Zwei Schraubenschlüssel. Hier auch wieder was zum Verkaufen mit dabei gewesen. Sehr schön. Hier noch einmal. Sehr geil. Schön. Ehrlich, ich finde das so schön. Und jede Menge Beton. Also öfter machen wir das Gebäude und laufen dann zum Händler. Der hat ja eh noch nicht geöffnet. Ist mir übrigens eingefallen, gerade. Obwohl ich auf die Uhr geguckt habe. Dann macht er eh erst um 6.05 Uhr auf. Also alles gut. Dann können wir doch die Zeit hier nutzen. Und? Level ab. Geil. Und ich habe die Punkte nur noch nicht vergeben. Glaubst du das? Sehr schön. Finde ich irgendwo geil, weißt du? Das können wir dann so, äh... Ja, irgendwann müssen wir die Punkte mal vergeben. Aber wir machen aber auch momentan. Am Anfang geht es ja eh relativ zügig. So. Oh, schön. Das ist ja mehr wie so ein Baum, oder? Hier, oder? Hier kriegen wir Sachen raus. Echt nice. Es ist ein Questgebäude eigentlich. Beziehungsweise ein Dungeongebäude. Wie auch immer, wie man dazu sagt. Und die müssen wir auf jeden Fall zusammen machen. Also da möchte ich jetzt nicht einfach so ohne euch irgendwo rein. Wie gesagt, alles was so gebäudetechnisch ist, müssen wir zusammen machen. Definitiv. Guck mal, was wir hier an Zement kriegen. Alter, was wir nachher mit Beton bauen können. Wahnsinn. Ich bin schon überlegen, was wir uns da bauen. Ey, wenn ihr Ideen habt für diese Tankstellenfalle. Ja, wenn ihr da irgendwelche geilen Ideen habt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Äh, was man da vielleicht noch machen könnte. Bin ich auf jeden Fall voll, äh, bereit, mir da was anzunehmen. Weil mit dem Teil, was wir jetzt oben drauf gebaut haben, ist jetzt das erste Mal, damit wir was haben. Ja. Damit wir nicht ohne was dastehen, sondern damit wir was haben. Damit wir ein bisschen safe sind. Und. Was denn jetzt? Ach, du hast Hunger. Ja, den isst doch hier so ein Kuchen. Mein Herr, ey. Der hat immer ein Knast, das glaubst du nicht. Das ist so. Oh, schön, dann kriegen wir ruhig die vier Materialien raus. Die Pflanzen lasse ich jetzt stehen. Da braucht kein Mensch eigentlich. Ich weiß nicht, für was man so eine Pflanze braucht. So. Wir können hier mal das Licht anschalten. Gucke, da ist der Hauptblut. Da wollen wir hin. Müssen wir oben lang? Eigentlich nicht, ne? So. Also abbauen tue ich jetzt hier drinnen nichts, wie die elektrischen Geräte oder so. Das mache ich nur, äh, wenn wir jetzt irgendwo über Nacht sind. Und, äh, ich dann doch Zeit habe, bis es am nächsten Tag ist. Da kann man das dann machen, weißt du? Aber jetzt hier würde ich es nicht machen wollen. Hier ist alles zu. Das musste hier quasi lang. Ich seh dich. Ich brauchst dich ja nicht verstecken. Halt, das ist der falsche. So. Sehr schön. Ja, ich glaube, du wirst auch nicht immer für jedes Gebäude eine Quest kriegen. Wie kommen wir denn hier rein? Ach, vom Dach aus dann. Na, nicht schlecht. Ja, ich glaube, du wirst. Nice. Frag mich jetzt nur. Das ist ja richtig geil hier. Frag mich gerade nur, wo der andere ist. Hm. Wir werden es rausfinden. Früher oder später finden wir es raus. Einen Schießpulver hast du gehabt. Guck mal, hier kommst du auch schön hoch. Ich weiß, wir sollten eigentlich in den Container noch rein. Schön, Bücherregal. Freue ich mich jetzt schon. Oh, schade haben wir schon. Egal. Wir sind jetzt schon wieder komplett überladen. Hier. Mit viel Schwung lande. Mit dieser Methode einen Volltreffer. Wo so 10% mehr Schaden mit Knüppeln. Kommt, wie gerufen. Ehrlich. Kommt, wie gerufen. Das ist einfach so krass. Das ist einfach so krass. Ernsthaft. So, hier haben wir jetzt nichts. Ach, guck mal. Können wir von oben dann, ne? Müssen wir von oben. Da ist nicht hier hinten ein Bild. Nix. Aber irgendwie, warte, ich will vorne noch in den Container. Aber er zeigt ja in die Richtung, ne? Dass wir dann quasi da hochkommen. So, ihn hatten wir. So, jetzt, das müssen wir mitnehmen. Zement nehmen wir auf jeden Fall mit. Mit dieser komischen Pflastersteine da. Da hinten gucken wir, da steht eine Kiste. Wie ich es gewusst habe, ne? Das ist geil. Ist aber klar, dass ein Sohn Container und irgendwas versteckt sein muss. So. Ein Frühtau zu Berge. Zieht ein Völler. So, einmal die Axt. Was sehen wir, was das für eine Kiste ist? Ja. Und? Eine Vierer Schippe. Eine Dreier Schippe. Jetzt nicht sonderlich das, was ich mir erhofft habe. Aber egal. So. Ansonsten, von wo sind denn die hier gekommen? Die sind draußen. Hundertprozentig, dass da draußen wie so eine Art Wanderhorde ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Lass uns nicht ablenken. Jetzt gehen wir da hoch. Ich huck's gerade. Hoch. 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 Voll verzogen. So. Auf. Ich will jetzt wissen, was da oben ist. Nein, was machst du denn? Ich seh den Flattervogel nicht. Warte, 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 warte. Ja, wo habe ich sie denn, Mensch, hier? Nimm so einen. Wir haben die noch erwischt. Alter. Diese, diese Geier, die sind einfach so geirig. Geier halt. Okay, hier geht's dann runter zum Hauptblut. Mama Mia, ey. Da ist noch was. Eier, Eier, Eier. Alter. Sehr schön. Ja, jetzt haben wir so Verbandskasten. Ja, mein Gott. Aber irgendwo war doch... Wo ich noch gesagt habe, können wir denn von oben machen, ne? Ja, anscheinend doch nicht. Wo komme ich denn wieder? Wir kommen wieder hoch. So. Irgendwo? Egal. So, was ist das? Zack. Was ihr sehen? So macht man's. So. So. So, jetzt wollen wir doch zum Hauptblut, oder? Grüße. Alter, wie viele Kisten sind denn hier drin? Oh. Mama Mia, geil. Oh, ey, Leute. Da müssen wir aber echt viel Glück haben, dass richtig cooles Zeug drin ist. Die Schippe kann das Scrappen, der geht einfach so gut. Also, die erste Kiste war jetzt schon mal nicht so gut. Ja, komm doch rein. Dann brauche ich mir den Weg nicht machen. Vierer Steinachs. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Vierer, geil. Vierer Axt. Sehr schön. Sechs. Gut. Geil, sechser Axt. Genial. Die Truhe machen wir zum Schluss. Ich spann euch jetzt auf die Folter. Da oben, sag mal eine. Oh, die Klappe. Vierer Schippe und geschmiedeten Stahl. Sehr schön. Ich frage mich nur, wie wir hier rauskommen wollen. Du kannst ja eigentlich nur wieder da oben raus, ne? Aber geil, lohnt sich. Fünfer Schippe. Ah, nicht schlecht. Wieder einen schönen Amboss. So, jetzt hier in die Truhe reingucken. Donnerwüchse kannst du verkaufen. Die kannst du scrappen. Kannst du verkaufen. Den Hammer. Die kannst du... Oh, 15% mehr Schaden. Eisenbrecher-Mod. Wie geil, Leute. Wie geil. Nice. Finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut. Ehrlich. Klasse. Die hauen wir natürlich gleich hier drauf. Verändern. Eisenbrecher-Mod. Abschließen. Sehr geil. Hier fällt mir. So, jetzt müssen wir hier die Axt wechseln. Verändern. Nehmen wir das raus. Abschließen. Kannst du die scrappen. Dann gehen wir hier rein. Verändern. Hauen das. Gucken wir mal. Hier kannst du noch mehrere reinpacken. Krass. Ehrlich. Krass. So, ansonsten. Das kannst du schon mal abschließen. Kannst du gleich mal reparieren. Die Schippe kannst du reparieren. Nice. Den Knüppel können wir auch reparieren. So, ansonsten haben wir jetzt hier das ganze Scrappen. So, müssen wir mal ein bisschen aufräumen. Die Schraubenschlüssel würde ich jetzt scrappen. Da kriegen wir schon ein Eisen raus. So, dann mal kurz diesen machen. Den Grill. Der ist lustig. Wir haben ja noch einen 1er Schraubenschlüssel. Habe ich jetzt irgendwie einen 2er Schraubenschlüssel oder so? Ne, ne. So, gucken wir mal, was das schon wieder an Eisen ist. Ein Eisen wäre aber so viel brauchen. Das ist wirklich der Hammer. Die Donnerbüchse kannst du alles nachher verkaufen. Sehr geil. Gefällt mir. Ich bin jetzt nur im Überlegen. Ja, das war klar. Müssen wir das Tor kaputt machen, um rauszukommen? Weil wenn wir die Quest kriegen, lohnt es sich jetzt ja gar nicht, eigentlich was kaputt zu machen. Weißt du wie? Deswegen machen wir das jetzt hier. Ach, komm schon. Warte mal. Kriegen wir. Ja, kriegen wir. Nein. Ach, ehrlich. Ich komme hier. Ach, Mann. Das ist ja furchtbar. Der ist halt kaputt. So. Musst mal noch ein Stück haben. Okay, prima. Siehst du hier noch einen Müllhaufen? Genau deswegen. Und ein Kleber drin. Sehr schön. Wo ist denn der? Ist das der, der die ganze Zeit hier so die Ato macht? Ich glaube schon, ne? So, auf zum Händler. Jetzt habe ich Bock zum Händler. Wir sind infiziert. Sag doch mal einer was. Boah. Nochmal Schwein gehabt. Sag doch auch keiner von euch was. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Spaß. Aber hat sich volle Kanäle gelohnt. Ehrlich. Das ist echt nice. Schade. Ich dachte, ich kann einsteigen und ein Auto fahren. Guck mal, da vorne läuft noch ein bisschen XP rum. Kriegen wir sogar bald noch das nächste Level ab. Dann haben wir fünf Punkte zum Vergeben. Das ist doch nicht krass. Ja, du und deine Ausdauer. Ich weiß. Haben wir nicht Aloe Vera Creme? Wo war sie denn? War sie ja nicht? Hallo. Hier bin ich. Ja, ja. Hier, hier, hier. Ich sag doch hier. Ah, ne, herrlich schön. So, aber da haben wir wieder eine schöne Runde gemacht. Finde ich geil. So muss das sein. Ehrlich. So muss das sein und nicht anders. So, jetzt sind wir natürlich von der Ausdauer komplett platt. So, jetzt sind wir aber gleich. Schürfwunde ist auch gleich weg. Die Aloe Vera Creme hat geholfen. Sehr nice. Ich grüße sie. So, you are quite the daring adventurer. Good job. Und ich weiß nicht. Nehmen wir die, oder? So. Darf ich dein Inventar sehen? Jetzt bist du auf. Die können wir verkaufen. Die können wir verkaufen. Die Bücher verkaufen wir. Den Helm verkaufen wir. So, kriegen wir alles weg. Sehr schön. Erstmal die Fünfer Sachen. So, das auch weg. Nice. Wir haben ein Level ab. Level 15 und 5 Punkte. Krass. Ehrlich läuft gut. Hier die Silberbrocken hat man noch. Oh, 950. Wir haben wieder richtig gutes Geld jetzt. Das freut mich. So, ansonsten. Nee. Nee, 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 nee. Hier die Dollarscheine noch. Auch nochmal 230. Und. Nee, um Gottes Willen. Stahlwerkzeugteile. Stahlrüstungsteile. Stift, Zement, Clownhammer. Da kriegen wir nur 5. Lohnt sich nicht. Verbandskasten. Die Fernsehtypen sind nie aufgedaucht. Herausforderung. Ich weiß nicht, ob sich sowas lohnt. So, auf jeden Fall sind wir nicht mehr überladen. Und wir haben richtig gutes Zeug. So, den Sworthelm könnten wir uns leider nicht leisten. Das war das mit den 9 Millimeter. Hier, wir könnten Bauplan-Tragschrauber-Zubehör. Aber da fehlt uns ja immer noch das andere. Ich weiß nicht, da will ich eh rein skillen. Schrotflintenteile, Totengräbermutt. Haben wir die schon drauf? Ja. Braucht man also nicht. Militärstiefel 1. Den Sworthelm hätte ich echt gerne. Ehrlich, also den hätte ich richtig gerne. Weil der bringt richtig gute Punkte hier. Ist zwar nur ein Dreier, aber immerhin. Aber egal, die können wir uns leider nicht leisten. Ansonsten würde ich sagen, sparen wir vielleicht mal. Wenn jetzt nicht irgendwas sehr Wichtiges dabei ist. Haben wir einen Blasebalk? Schmelzgeschwindigkeit der Schmiede 50%. Den nehme ich mit. Ich weiß nicht, ob wir einen haben. Ansonsten haben wir nur einen und brauchen sowieso einen zweiten. Der Footballhelm würde so. Hä, Alter, was hat denn hier alles? Außer das, was wir eben verkauft haben. Ist ja krass. Rezept Bier. Können wir Bier herstellen. Dann haben wir hier Mündungsbremse-Mod. Weiß ich nicht, Mützen-Mod, weiß ich jetzt. Hier, den wollten wir. Den Bauplan für einen Schlagschrauber. Ich weiß nicht. 1,6 ist halt, ne? Es ist ein bisschen viel. Bauplan, Schlagschrauber. Ich würde den erstmal weglassen. Später kann man sich den immer noch ranholen. Weißt du wie? Kochgrill? Haben wir das selber. So, Chemiestation, Schmiede. Chemiestation wäre vielleicht nicht schlecht. Glas Honig. Was kriegen wir? Ach hier, siehst du, das Bier kannst du übrigens noch haben. 16. Und wir bezahlen für den Honig 100. Musst du mir überlegen. 10% kriegen wir gerade mal davon. Ja. Das ist echt der Hammer. Das ist echt der Hammer. Das wird wir für 14. Ja, 10%. Wir kriegen immer nur 10% vom Verkaufspreis. Wenn wir was an ihr verkaufen. Robotik-Teiler. Hat so. Nur eins. Lohnt sich ja auch nicht. Handfeuer-Waffenteiler. Reparatur-Kit. Können wir alles selber herstellen. Warte mal. Reparatur-Kit. Jetzt will ich mal was gucken. Wir kriegen 372, ne? Wir würden kriegen 17. 10%. Es sind wirklich nur 10%, Leute. Eine Viererarmbrust-Hitzer. Stahlfeier, Eisen, Schrotflinten-Munition. Ich weiß nicht, ist es so teuer. Und wir... Nee, nee. Nee, ich will's... Das will ich alles selber herstellen. Ich will nicht einfach jetzt irgendwas kaufen und dann sind wir... Wir sparen uns jetzt den Rest. Wir haben uns jetzt hier so ein Blase-Bike geholt. Und das ist gut. Ansonsten den Rest behalten wir eh. Alles klar. Hast du irgendwelche Aufgaben? Abholen. Vergrabende Vorräte. Wollen wir... Schaffen wir das noch? Schaffen wir noch die vergrabende... Beseitige Zombies. Wäre ja auch nicht verkehrt. Abholen. Beseitige Zombies. Die sind näher dran. Dann nehmen wir doch hier die Einzel. Ja, ja. Oh, das ist ein gefährliches. Ja, ja. Das ist alles gefährlich. Das Problem ist, wir sind jetzt voll überladen. Wir sind voll überladen. Wir könnten jetzt erst nach Hause laufen. Und machen in der nächsten Folge die Quest. Nach Hause geht's. Dahin. Und in den Haus muss man... Ach, ehrlich, ist das nicht eine Kirche? Ist das eine Kirche? Oh, ja. Das scheint eine Kirche zu sein. Geil. Pass auf, wir wachen jetzt noch gemütlich hier ein bisschen durch die Stadt. Laufen Richtung Heimat. Dann laden wir uns aus. Und morgen hole ich euch vom... Vorm... Vorm Questgebäude ab, oder? Weil wir am Tag 5... Haben wir noch ein bisschen Zeit. Können wir noch ein bisschen questen. Wir vergeben daran noch die Skill-Punkte, oder? Lass uns jetzt nach Hause laufen. Adult Movies. Kino ist da so ja noch. Hier waren wir ja eben drin, richtig. Dann ist da noch ein Kino. Alter, die Stadt ist schon geil. Wir haben echt ein gutes Fleckchen erwischt, muss ich sagen. Guck mal hier so ein Haus, meinte ich, ne? Da kann hier unter den ganzen Schutt, könnte jetzt ein Tresor sein. Da waren wir drin gewesen. Da können wir öfters rein. Wenn sich das wieder zurücksetzt, weißt du, nochmal rein. Und so kannst du dich nach und nach ein bisschen Zeug zusammen craften. Oder also, äh, looten. Nicht craften, sondern looten. Weil eine 6er-Achse ist schon mal auf jeden Fall was Gutes. Die Bier, denn? Das gefällt mir absolut nicht, dass wir den direkt neben uns haben. Ehrlich, da bin ich ein bisschen... Äh... Naja, ja. So, sieht's aus. Eier? Komm her, du Huhn. Du hast bestimmt ein Ei hinten drin. Bescheidung. Hä? Ach, da bist du. Lass ja das Huhn in Ruhe, Fräulein. Lass das Huhn in Ruhe. Sie verlieren immer den Kopf. Und ich weiß nicht, wieso. Ah, herrlich. Schön. So, wie später muss er? Wir haben's Nachmittag, 16 Uhr. Schon eine Stunde da Kaffee rum. Ich hab noch nicht mal Kaffee heute getrunken. Wird Zeit für einen Kaffee, Leute. Den müssen wir wegnehmen. Der gehört hier auf jeden Fall nicht hin. Ach, der an seiner Ausdauer. Das ist natürlich so ein übelstes Problem. Und das muss man in den Griff kriegen. Das ist ja nicht nur zwei, dreimal schlagen. Hier, pumpt wie so. Marienkäfer. Maikäfer, wie auch immer. Aber ich finde das echt geil. Also die Idee ist schon echt nice. So. Wir haben immer... Ich hab ständig diese Mod an, weißt du? Das ist so furchtbar. Dieser Helmlicht-Mod. So. Na, guck mal einer an. So, jetzt wollte ich mal kurz in die Schmiede gucken. Klar, so weit ist nämlich nicht drin. Und wir brauchen unbedingt den Schmelztiegel. Den brauchen wir auch. Das kannst du skrippen. Die Teile können rüber. Ansonsten... Das kann rüber. Das Plei... Ne, jetzt kommt drüben die andere Kiste. So. Die packe ich... ...mal auch weg. Das soll weggepackt werden. Das kann man gleich mal essen. Das wird enge mit Nahrung, ne? Wir sollten mal gucken, dass wir uns was kochen können. Pilze müssen wir auch noch irgendwo anpflanzen. Ich weiß nur noch nicht wo. So, nimm mal das. Das. Fett. Kartoffeln und so haben wir nämlich auch noch nicht, ne? Hm, es ist natürlich, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Ansonsten hätten wir ja noch ein paar Dosen. Ein paar Kerzen. Was ist denn das hier? Was ist denn Samen? Wir haben noch eine Farbe. Kaffeebohnen. Da kann man Kaffee herstellen. Klaas. Klaas, 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 Klaas. So. Warte mal, ich wollte doch hier den Verbandskasten mit rein. So, ansonsten. Die Aloe Vera Creme. Weiß ich jetzt nicht. So, jetzt müssen wir erstmal da gucken, was wir essen. Wir müssen unsere Küche auch mal aufbauen, ne? So, was können wir machen? Hier, Eier mit Speck. Maisbrot. Eier mit Speck kriegen wir vier Stücke. Sehr schön. Kannst du das schon mal machen? Hier grillt jetzt Fleisch, weiß ich jetzt nicht. Können wir zur Not uns auch mal zehn Stück machen. Damit wir wenigstens ein bisschen Nahrung auf Vorrat haben. Falls es mal enger wird. So, und ansonsten. Lass uns kurz überlegen. Hier eine schöne Küche reinbauen. Wäre ja nicht verkehrt. Das heißt, wir bauen hier alles ab und setzen uns selber eine Küche hin, ne? Das ist klar, dass da nichts drin ist. Die Lampe, okay. Ich weiß auch nicht. Ich werde hier vorne die Reihe wahrscheinlich komplett wegnehmen, ja? Und dass wir uns hier so ums Eck eine schöne Küche hinsetzen. Weil hier ist ja eh keine Tür. Hier kommst du dann dahinter in den Raum. Der eigentlich unserer Mine werden soll. Das heißt, wir nehmen die Tür raus. Machen hier komplett zu. Dass hier der Eingang schon mal weg ist. Genauso wie die Fenster. Ne? Dass das hier unten komplett einmal dicht ist. Äh, dicht sag ich schon. Ähm, leer ist. Und dann würde ich sagen, kommst du hier rein und dann hast du hier unseren Mineneingang. Und dann gehen wir dann runter in die Mine. Dann können wir uns unten dann irgendwie ein bisschen bebuddeln oder so. Ne, ne, du musst mich schon rauslassen. So. So würde ich das nämlich machen wollen. Was gibt das? Ja, immerhin 10 Nahrung. Und Ausdauerbonus und Gesundheit. Warum nicht? So, kannst du aber durchkochen. Ja. Dann hauen wir das hier alles weg. Damit wir hier drin ein bisschen Platz kriegen. Die ganzen Regale kommen alle weg. Das können wir so lassen. Ne? Falls man mal muss. Ne? Ja? Ja? Ne, lass mich. Ich muss kacke. Ja. Wie gesagt, das ist hier... Keine Ahnung. Das ist ja meine Wand in Ruhe, Kollege. Weißt du? Stehst du? Das muss man hier alles noch austauschen dann. Und ich habe mir übrigens überlegt, man könnte ja, weil wir ja von da oben, ne, können wir uns dann in drinnen hocharbeiten? Jetzt wollte ich da rüber gucken anstatt... Äh, und von oben dann hier über, also hier oben lang, rüber dann mit einer Brücke, irgendwie mit einer Zugbrücke, weißt du wie? Wir haben wir irgendwann, müssen wir mal gucken, was wir uns da einfallen lassen. Wie gesagt, es trinkt jetzt ja nicht, ist ja jetzt nicht so, dass einer hinter uns steht und mit der Peitsche. Moin. Wir sind schon eine ganze Weile hier. Das habe ich noch nicht gesehen. Das müssen wir irgendwie dann zumachen. Wollen wir nicht eine Tür drin? Ich glaube, da war mal eine Tür drin. So, hier wird unser, unser Lager, unsere Schmiede aufgebaut, ne? Hatte ich ja gesagt, ihr habt... Na, hier kommt es ja dann noch aufs Dach. Die Sachen werde ich, dann werden wir alle mal nach und nach abbauen. Weil das braucht man. Und vom Dach aus kümmert dann hier eventuell rüber. Oder... Ja, doch, das passt. Von da oben aus nicht. Da können wir uns hier nämlich... Siehst du, die können wir auch noch nutzen, die Truhe. Oder wir bauen sie ab. Ne, da bauen wir uns hier nämlich einen schönen Ausweg. Machen das hier dann alles schön zu. Und dann können wir hier nämlich hier auch noch von links und rechts oder von, keine Ahnung wo, auch hoch. Ja, das machen wir uns schon schön hier. Und hier hinten, das ziehen wir dann auch zu. Ja? Und dann kommen da oben überall Narratoren jetzt drauf. Das, wenn denn von hinten Mädchen kommen, die abgeballert werden. Ey, das wird so geil, Leute. Gucken wir da drüben. Da könnten wir auch nochmal rein, könnten looten. Gibt es ja auch immer schöne, feine Sachen. So, also ist der Plan für die nächsten Folgen, weißt du? Jetzt erstmal haben wir hier soweit alles durch. Das Fleisch müsste fertig sein, kannst du ausstellen. Packen wir natürlich... Wie gesagt, Küche bauen wir uns auf jeden Fall dann auf. Und, ja. Klevertechnisch war hier drin oder hier drin, genau. So, machen wir das. Da freue ich mich schon echt auf die nächsten Runden mit euch. Wie gesagt, der Blutmond drückt immer näher. Das ist auch nicht schlimm. Weil ich bin froh, wenn es dann endlich losgeht und wir den ersten Blutmond weg haben. Wollen wir jetzt vielleicht noch schnell die Skills machen? Wir haben noch fünf Stück hier. So, zeigt mir her, was haben wir denn? Auf jeden Fall müssen wir hier rein. Prügelpeter? Brauchen wir nicht. Wir bräuchten die Stärke eigentlich. So, Berg, Berg nicht. Das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Kumpel, Werkzeuge von Qualität 4. Ähm. Werk von Qualität 5. Wie viele haben wir noch? Drei Stück? Die nehme ich jetzt noch mit. So, denn eigentlich hier. Niemand verhält sich ein Krieger gegenüber respektlos. Verringert die Ausdauerkosten von Nahkampfangriffen und Werkzeugen. Und kräftigen Angriffen. Todesstöße gewähren. Das ist so wichtig. Die Ausdauer ist so wichtig, Leute. So, und Intelligenz. Müssen wir auf jeden Fall auf den fortgeschrittenen Ingenieur und auf Mechaniker gehen. Da würde ich jetzt aber erstmal sagen, dass wir die Intelligenz hochpushen. Das Grüne bedeutet, dass wir den haben. Ja? Weil wir diese Brille haben. So. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Eisenspitzhacke mir herstellen möchte. Eisenspitzhacke. Eine Fünfer bräuchten wir 60 geschmiedetes Eisen. Der Rest hätten wir noch. 60 geschmiedetes Eisen. 60 geschmiedetes Eisen. Wie viel Leben haben wir noch drin? Noch ein bisschen Masch. 60 geschmiedetes Eisen. Wie fährten wir denn draußen? Dann läuft das richtig gut, Leute. Wir brauchen ja nur 9. Das setzen wir in der nächsten Folge an, oder? Dass wir uns... Wir machen dann die Quest. Stellen uns ein besseres Werkzeug her. Weil wir werden ein bisschen mehr brauchen. Weil wir brauchen ja auch hier Schaufel. Warte mal. Da können wir uns ja auch hier die bessere herstellen. Eine Stufe 5er. Dass wir uns hier unten einmal 5er herstellen. Schraubenschlüssel weiß ich jetzt gar nicht. Schraubenschlüssel. Können wir nur den 1er. Also für daher brauchen wir uns nicht herstellen. Tragschrauber. Wirklich machen wir auch irgendwann. Tja, ansonsten. Scharfschützengewehr. Das können wir entweder nur irgendwo finden. Oder sonst irgendwo. Möchte ich auch haben. Clownhammer. Jetzt verschreibe ich mir schon. Clownhammer. Könnten wir auch ein 5er. Guck einmal an. Könnten wir sogar auch ein 5er herstellen. Wir könnten uns echt zu viel für. Wir brauchen halt verdammt vieles geschmiedet. Das Eisen. Das heißt, ich mache dann auf jeden Fall eine Eisenrunde. Da muss ich mal gucken. Da muss ich mal gucken. Da mache ich erst diese Eisenspitzhacker. Die stellen wir als erstes her. Und mit der können wir dann richtig fett Eisen fahren. Ja, das wird schon. Das wird schon geil. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen. Ich hole mich morgen hier wieder an unten schneller ab. Und dann vielen Dank für's Zuschauen. Bis morgen. Ciao.